Wohl... Hm... Moment... Komm schon... Das musst du doch gehört haben... Ups... Das war... Das war klar... Das war von der Seite auch noch dabei gekommen... Nee, 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 nee... Alter... Hm... So war das Ganze jetzt wirklich nicht geplant... Verdammt... Wieso, verdammt... Wieso... Ich hätte den einfach... Moment... Je nachdem, wo ich da bin... Bin ich da besser dran... Eigentlich müsste ich da auf dem Weg... Ich müsste da stehen und lauschen, weil ich da gerade die Info gekriegt habe... Ich müsste den ja eigentlich auf den Plan rufen... Wenn nicht von da einer kommt... Ne... Scheint nicht so... Okay... Er kommt zurück... Nein, doch nicht... So... Dann... So... Interessiert ist die nicht... Jetzt habe ich hier auch nichts mehr zum Werfen... Dann sucht er jetzt... Irgendwo... Aber nicht da, wo er... Suchen soll... Verflucht... Soll gefälligst hier reinkommen... Der soll doch mal... Gefälligst hier reinkommen... Aha... 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 Da ist er doch. Hm. Shit. Jetzt macht er sich wieder dahin auf. Puh, war das knapp. Was macht er jetzt? Komm doch hierher. Komm doch hierher. Okay, wenigstens kommt er jetzt mal hier in die Richtung. Hm. Das ist die Frage, was er macht. Kommt er hierher? Oder nicht? Was machst du? Hm. Was machst du? Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Glück gehabt, dass der sich nicht noch umgedreht hat. So, hat mir die Augen auf den Balkon. So. Anderes Zimmer, okay. 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 Damit hätte ich noch einen. So, den schmeiße ich einfach hier in die Ecke. Und stört er auch nicht weiter. Okay. Ui. Das war knapp. Moment. Ich bin ja sicher erstmal nicht bewegt. Nein, 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 nicht doch. Verdammt. Verdammt. Eigentlich wollte ich das ja schaffen, ohne entdeckt zu werden. Oh, was haben wir hier? Ausdruck aus einem Bühnenstück. Aha. Wieder was für euch zum Anhalten. Alter. Ah, es ist auch nur ein kleines Stück lang. Ähm. Dampfraum, Kunsthändler. Upsala. Du sollst auf deinem Kasten sein. Dafür kannst du entlassen werden. Unglaublich. Hm. So. Der scheint auch bewusstlos zu sein. Das ist gut. Hm. So viel zu keinem Elixier mehr. Ähm. Und. Okay. Oh, hier hat auch einer gewütet. Okay, hier hatte ich ja keinen gesehen. Da sind zwei Mädels. Da hinten ist eine Wache. Ich glaube, zuerst schalte ich die hier draußen aus. Ups. Ich glaube, ich warte noch mal mit dem, was ich ausschalte. Das entscheide ich dann gleich spontan. Oh. Will der da rausgehen? Vielleicht, hoffentlich kriege ich den jetzt noch. So. Gut. Und den Kerl müsste ich auch noch kriegen. Oh, er hatte was gehört. Aber das ist ja... ... eigentlich egal. ... ansehen. Was zum... Oh mein Gott. Ah, der ist oben. Glück gehabt. Glück gehabt. So. Überall sind jetzt hier... Nicht töd. Ich finde den Kostländer in der Golden Cat. Endlich. Seit 20 Minuten musste ich so ausharren. Deine Schritte klingen etwas lauter. Hast du etwas zugenommen, Schätzchen? So wie letztes Mal. Verstanden? Langsam. Und nur auf mein Kommando den Stromstoß aktivieren. Verstanden? Und das Stichwort heute Nacht ist... Sagen wir... Rache. Hörst du's? Dann stopp. Einmal zu viel und du kannst dir eine neue Stelle suchen. Hm. Okay. Oh, das war gut. Das habe ich verdient. Soll ich dir sagen, warum? Die Pendelsons sind hier nicht wahr? Fangen wir mit ihnen an. Ich habe sie betrogen. Ihm tausende gestohlen. Okay, gut. Du bist skrupellos. Hör nicht auf. Ich sag dir alles. Das Erbe der Pendelsons war mehrere hunderttausend wert. Habe ihnen gesagt, es sei nur Schrott. Okay. Machen wir weiter. Rache. Rache. Das war perfekt. Aber mehr vertrage ich heute Abend nicht. Ruf meine Diener. Wir sind fertig. Meinst du, ich soll noch mal? Hm. Wir sind fertig, hab ich gesagt. Rache. Jetzt lass mich frei. Ich werde dich auspeitschen lassen, du Schlampe. Hm. Okay, ich glaube, ich muss weitermachen irgendwie. Halt. Du bringst mich doch um. Hm. Was zum... Wer bist du? Was willst du? Hm. Der Safe? Ja, natürlich. Die Kombination ist 8-7-9. Nimm alles, was du findest. Mein Herzschlag hat schon einmal ausgesetzt. Okay. Noch einmal verträgt das, glaube ich, nicht. Warten. Kann mich jemand hören? Glücklicherweise? Nicht. 8-7-9. Ja gut, das werde ich dem dann sagen. Ich habe das ja eh schon herausgefunden gehabt, aber... Naja. Was ist eigentlich mit den Mädels? Werden die mich irgendwie verraten? Wenn ich die... Nein, nein, nein! Ich brauche Hilfe! Hilf mir! Die hier ist nicht so interessant. Die hier ist interessant. Aber wo will die hin? Nein, 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 nein! Hilfe! Kann mir denn jemand helfen? Okay, jetzt ist die Frage, wo ist die andere hin? Die war ja irgendwo... ...hier im Rund gelaufen. Vielleicht... Ich glaube nicht, dass er zu dem rein ist. Hier auch nicht. Hm. So. Okay. Hm. Okay. Puh. Der hat mich gesehen. Oder zumindest gehört. Der ist gut, der Kerl. Der bemerkt mich. Da muss ich aufpassen. So. Eine Harfe. Sehr interessant. Was haben wir denn hier? Einen anderen Eingang. Oh, ich glaube, hier geht es zu den Dampfräumen. Morgen wird die ganze Nacht da drin sein. Mehr sollt für uns. Doch als mehr wäre, wenn sie ihn nicht für Prostituierte ausgeben würden. Mein Cousin arbeitet in der Mine. Die Sklaven haben sehr tief gegraben. So tief, dass sie reihenweise an Erschöpfung oder giftigen Gasen sterben. Aber das Silber ist fast abgebaut. Was werden sie damit machen? So wie es aussieht, spielen wir die Trinkung, bis alles weg ist. Und dann in den Fluss bringen. Hm. Klingt logisch. Das ist jetzt ein bisschen heikel, die Situation. Wenn der sich umdreht, ist es eben ein Problem. Wenn der jetzt da hinten rausgeht. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. Da sind Fische drin. Ob die die Leiche auffuttern würden? Oh, ich dachte schon, der würde hier hochkommen. Aber anscheinend... nicht. Wenn ich dich nicht... Shit. Stirb, verdammt! Ja, hier bin ich estaba tries Froh Po. Ich halte das unless. Dann bleibt es línea, ich überspielt. Aber das ist ... wie些 ain't vereria código blommodiert.